Und willkommen wieder bei meinem Tippspiel Euro 2016 in Frankreich, zweiter Gruppenspieltag. Heute Rumänien gegen die Schweiz in Paris. Im ersten Auftaktspiel hatte Rumänien eigentlich einen Unschieden verdient. War dann am Ende ein geiles Tor. Aber die haben sich den Unschieden eigentlich verdient gehabt. Desto trotz verloren das erste Spiel gegen Gastgeber. Schweizer haben sich auch ziemlich schwer getan gegen Albanien. Auch nur 1-0 gewonnen. An sich haben wir hier drei Altbekannten. Mit Shaqiri, mit Xhaka und Rodriguez, wo er im Moment noch in Wolfsburg spielt. Ich würde als Favoriten eigentlich hier keinen von beiden sehen. Nämlich Rumänien hat mich im ersten Spiel ziemlich überrascht. Schweiz mich eher gegen Albanien ein bisschen enttäuscht. Ein bisschen mehr von den Schweizern erwartet. Ja, meine Tipps wird ihr unten in der Videobeschreibung nachlesen können. Was meint ihr zu dem Spiel? Tippt einfach mit. Ja, und das war's eigentlich mit dem Video. Also gut, dann wünsche ich euch noch einen guten Tipp. Und bleibt weiter bei mir dann. Also gut, dann wünsche ich euch noch einen guten Tipp.